Huma sind die Rockstars der Tiefsee. Sie können bis zu 100 Jahre alt werden. Stell dir vor, wie viele Unterwasserpartys sie in dieser Zeit schmeißen könnten. Diese Tiefseegourmets haben eine extravagante Diät, die auch Butter beinhalten könnte, wenn sie könnten. In Wirklichkeit fressen sie jedoch kleine Fische und Muscheln. Aber wir können träumen, oder? Hammer sind die Fashionistas des Meeres. Sie wechseln ihr Exoskelett wie wir unsere Kleidung. Und was ist die Farbe der Saison? Blau. Ja, einige Hummer sind natürlich blau aufgrund eines genetischen Defekts. Sie sind wahre Romantiker. Wenn ein Männchen einem Weibchen gefällt, wird er ihr ein spezielles Geschenk machen. Eine köstliche Mahlzeit, die er vor ihrer Tür ablegt. Talk about being a gentleman. Hummer sind eigentlich nahverwandt mit. Insekten. Ja, das nächste Mal, wenn du einen Hummer siehst, denk daran, dass er im Grunde ein sehr großes und leckeres Insekt des Meeres ist. Das war's für heute, Leute. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren.